Hast du keine Lust mehr auf diesen alltäglichen Bildschirmfrust? Die ständige Augenbelastung, das ewige Flackern und dieses enttäuschende Farberlebnis? Du verdienst mehr, deine Augen verdienen mehr. Stell dir vor, du könntest jeden Tag vor einem Display sitzen, das deine Sinne verzaubert. Ein Bild so lebendig und klar, dass du dich in jede einzelne Szene hineingezogen fühlst. Farben, die leuchten und glühen, als ob sie direkt vor dir zum Leben erweckt werden. Und keine müden Augen mehr, die nach stundenlangen, starren Schmerzen. Deswegen wollen wir heute drei verschiedene Modelle von 14 Zoll Laptops mit OLED-Display aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen. Willst du dich noch weiter zu den Modellen informieren oder einen der Laptops bestellen, schau einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir dir alle drei Varianten verlinkt, sodass du eine gute Kaufentscheidung für dich treffen kannst. Bleib bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Asus VivoBook Pro 14 OLED Creator Laptop. Du möchtest mehr erreichen, dich kreativ ausdrücken und spielend leicht mit anderen verbinden? Dann lass mich dir den Asus VivoBook Pro vorstellen. Mit diesem innovativen Laptop, ausgestattet mit dem leistungsstarken Intel Core Prozessoren, kannst du von überall aus produzieren, kreieren und spielen wie nie zuvor. Erlebe eine Revolution in deinem Workflow und entdecke erstaunliche neue Funktionen mit deiner unglaublichen Leistung. Das herausragende OLED Display mit 400 Nits, Leuchtkraft bieten perfekten Kontrast, maximale Helligkeit und traumhafte Farben, damit kein Detail im Spiel oder bei deiner kreativen Arbeit verloren geht. Mit einem Gewicht von rund 1400 Gramm ist dieser Laptop der perfekte Begleiter für unterwegs. Starte eine Gaming Session, streame einen Film oder beende eine Uni-Präsentation. Alles wird jetzt zur Leichtigkeit. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden hast du genug Energie, um den ganzen Tag produktiv zu bleiben. Die dreistufig beleuchtete deutsche Tastatur ermöglicht eine komfortable und präzise Eingabe. Mit einer Festplattengröße von 512 GB und 8 GB RAM hast du genügend Speicher und Leistung für all deine Anwendungen. Gib deiner Kreativität freien Lauf und lass dich von den Möglichkeiten des Asus Vivobook Pro 14 OLED Creator Laptops begeistern. Erlebe die Freiheit überall zu produzieren, zu kreieren und zu spielen, mit Leichtigkeit und Stil. Für mehr Infos zu diesem Modell, klick einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kannst du dein Laptop auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Lenovo IdeaPad Flex 5i Convertible Notebook. Bist du auf der Suche nach einem vielseitigen Begleiter für deinen digitalen Alltag? Dann lass dich von diesem Notebook begeistern. Mit leistungsstarken Komponenten wie dem Intel Core i5 Prozessor und der Intel Iris Xe Grafikkarte meistert es spielend jede Aufgabe. Mit großzügigem 16 GB RAM und einer 512 GB SSD hast du genug Platz für all deine Dateien und Programme. Das 14 Zoll 2,8K OLED Display beeindruckt mit einer Auflösung von 2880 x 1800 Pixeln und einer lebendigen Farbdarstellung dank der 100% DCI-P3 Farbraumabdeckung. Durch den Touchscreen und die FHD Webcam wird die Bedienung und die Kommunikation zum Kinderspiel. Dank Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 bleibst du immer und überall vernetzt und mit Anschlüssen wie USB 3.2, USB-C, Kopfhöreranschluss, Kartenlesegerät und HDMI 1.4B stehen dir alle Möglichkeiten offen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 7 Stunden bist du flexibel und unabhängig. Die deutschsprachige beleuchtete Querztastatur, das Touchpad und das Fingerabdrucklesegerät machen die Bedienung angenehm und sicher. Erlebe die Freiheit und Flexibilität die du brauchst, um deine Ideen zum Leben zu erwecken. Das Lenovo IdeaPad Flex 5i Conversable Notebook ist der perfekte Begleiter für dich. Alle weiteren Infos zu diesem Laptop kannst du im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir dir den absoluten Bestseller, den Lenovo Yoga Slim 7 Pro Laptop vorstellen. Du bist auf der Suche nach einem Laptop, der all deine Anforderungen erfüllt und dabei auch noch stylisch aussieht? Dann solltest du unbedingt ein Auge auf diesen Laptop werfen. Mit seinem Intel Core i7 1260p Mobilprozessor bietet er dir jede Menge Power und eine Geschwindigkeit von bis zu 3,4 GHz. Aber das ist noch längst nicht alles. Das 14 Zoll 2,8K OLED Display mit deiner Auflösung von 2880x1800 wird dich mit seiner beeindruckenden Farbwiedergabe und dem 90 Hz Bildwiedergabe Hohlfrequenz umhauen. Egal ob du Filme schaust, Fotos bearbeitest oder einfach nur im Internet surfst, die Bildqualität wird dich begeistern. Ein weiteres Highlight ist die Gesichtserkennung, die dir ein schnelles und sicheres Anmelden ermöglicht. Kein umständiges Eingeben von Passwörtern mehr. Einfach dein Gesicht scannen und schon bist du eingeloggt. Der Lenovo Yoga Slim 7 Pro bietet dir außerdem eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Darunter USB 3.2, Thunderbolt 4, WiFi 6e und Bluetooth 5.1. Du hast somit immer die richtige Verbindungsoption zur Hand mit seinem leistungsstarken Akku und der Rapid Charge Express Schnellladefunktion kannst du bis zu 8 Stunden lang arbeiten oder deine Lieblingsfilme genießen, bevor du den Laptop wieder aufladen musst. Und wenn du es eilig hast, reichen schon 15 Minuten Ladezeit für etwa 3 Stunden Nutzung. Die beleuchtete deutsche Querztastatur und das Touchpad sorgen für ein komfortables Schreib- und Navigationsgefühl. Der Lenovo ist die perfekte Wahl für alle, die einen leistungsstarken, stilvollen und vielseitigen Laptop suchen. Er erfüllt all deine Anforderungen und bietet dir viele Vorteile, die deinen Arbeits- und Entertainment-Alltag erleichtern. Teste den Lenovo Yoga Slim 7 Pro und erlebe die Welt der Technologie in einer ganz neuen Dimension. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten dir die Kaufentscheidung erleichtern. Falls du immer up-to-date bleiben willst, kannst du gerne ein Abo dalassen. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit deinem neuen 14 Zoll Laptop mit OLED-Display.